Kathy Hummels gibt am 26. November ihr Debüt bei Das Traumschiff und wird gleich in eine intrigante Rolle gesteckt. Und auch für Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger kommt es zu einer großen Überraschung. Neue Folge von Das Traumschiff im November. Das Traumschiff ist absoluter Kult in Deutschland. Und trotzdem gibt es immer nur wenige neue Folgen pro Jahr. Am 26. November ist es endlich wieder soweit und das ZDF zeigt die 98. Folge unter dem Titel Valvis Bay. Natürlich mit dabei Kapitän Max Parger gespielt von Schlagerstar Florian Silbereisen. Aber er wird in der neuen Traumschiff-Folge nicht der einzige Promi an Bord sein. Auch Kathy Hummels geht an Deck. Sie schlüpft in die Rolle Juliane, die ihren 20 Jahre älteren Mann Robert, gespielt von Florian Fitz, hintergeht. Eigentlich passen die Rolle gar nicht zu ihr. Das ist überhaupt nicht das Naturell von mir, sagte die 35-Jährige gegenüber der Abendzeitung München. Trotzdem habe sie keine Sekunde gezögert, das Angebot anzunehmen. Es ist mein erster Auftritt auf dem Traumschiff. Ich war sofort begeistert, als die Anfrage kam und habe zugesagt, obwohl ich die Rolle noch gar nicht kannte. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer. Es ist eine riesengroße Ehre, dass ich dabei sein durfte. Wir haben vor einem Jahr auf Teneriffa gedreht. Liebes Dreieck bei Kathy Hummels und Baby Wirrwarr bei Florian Silbereisen Auch für Kathys Schauspielkollegen Florian Silbereisen wird es in Folge 98 von Das Traumschiff brenzlig. Denn gleich zu Beginn des Filmes gibt es für Kapitän Max Parger eine große Überraschung. In seiner Kabine liegt ein weinendes Baby mit einem Hinweis. Dass Max der Vater des kleinen Jungen sei. Er kann sich das jedoch absolut nicht erklären. Doch gekümmert werden muss sich natürlich trotzdem um das Baby. Ein Glück, dass der Kapitän auf die Unterstützung seiner gesamten Crew zählen kann. Ob Max Parger letztendlich doch der Vater des Jungen ist und wie das Liebesdreieck von Juliane ausgeht, sehen wir am 26. November ab 20.15 beim ZDF. Untertitelung des ZDF.